Also, erstmals vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, kurz mit uns zu reden. Was sind deine Erwartungen an die Klima-Kopferenz? Also ich bin ja da als Klimareporterin. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, von der Konferenz an die Jugend daheim mehr oder weniger zu berichten, was hier passiert. Und das auch ein bisschen runterzubrechen, dass es für jeden verständlich wird. Das heißt, meine Erwartung an diese Konferenz ist eigentlich, dass wir das schaffen, um das auch wirklich so zu vermitteln, dass sich Jugendliche dann auch für den Prozess interessieren und den ein bisschen nachvollziehen können. Super, vielen Dank. Also, was sind deine Ziele bei der Klima-Konferenz? Mein Ziel oder mein grundsätzliches Ziel ist es, die Jugend in Österreich ein bisschen aufzuklären, was genau bei so einem Prozess passiert, warum das so schwer manchmal ist, einen Konsens zu finden, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und nach Hause zu berichten. Und deine Botschaft an die Menschen da draußen, die die Klima-Konferenz verfolgen? Meine Botschaft, ich glaube, dass jeder, wirklich jeder, diesen Prozess verstehen kann. Es ist echt nicht so schwer und wenn man ihn versteht, er echt interessant ist und man einfach mit viel mehr Motivation und Interesse an dieses Thema herangeht. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank.